Herzlich Willkommen zu einer Folge The Hive, diesmal wieder mit der süßen Honeyblum, hallo. Hallo, du musst mal sagen, mit dem süßen Fisch. Das wollte ich gerade, ich wollte gerade sagen mit diesem süßen Fubanchu und dann ballerst du mir hier in die Sache rein. Nein, nein, gut, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Das Spiel fängt an, wir spielen Heiden Sieg und ihr wisst schon, wie das geht. Wir werden es nicht nochmal erklären, ich bin irgendwas ganz komisches, was ich nicht kenne. Ich bin auch was. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo geht's denn hier? Oh, ich erinnere mich an die Map. Oh, ich habe einen guten Platz. Ja, du mit deinem komischen Supersonder-Extra-Platz und ich weiß nicht, was ich bin und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, deswegen gehe ich jetzt hier hin. Nee, da werden sie mich gleich finden. Oh, der Seeker geht gleich los. Der Seeker geht gleich los. Oh, shit, aber ich sehe noch tausende von Leuten rumlaufen. Nein, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ah, da kommt der Seeker, nein. Oh, er wird mich kriegen und ich werde fluchen. Und ich werde es nicht unterlassen, Leute. Ist mir scheißegal. Oh, oh, er kommt. Ah, nein, lass mich in Ruhe, du Arsch. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Nein. Drei noch nicht so an. Ja, der kann noch nicht so an. Vielleicht der erste gewesen. Oh, tatsächlich. Oh. Das war aber ein bisschen schlecht. Das ist natürlich schade. Oh, Gott. Ja. Ja. Das war Erna. Erna, hör auf. Mensch, Erna, ey. Aber Erna macht sehr gute Sandwiches. So. Erna. Ey, ist ein Keeper, würde ich dranbleiben. Ist ein Keeper, ich sag dir das. So, ich habe keine Ahnung, wo ich so... Ah, da ist ein Bücherregal. Bleib stehen. Ein Bücherregal. Ein Bücherregal. Alter. Das kann ja... Bleib stehen. Oh, wie es durch das Weizenfeld entkommen möchte. Vergiss es. Oh, jetzt ist es auf den Baum. Jetzt ist es hier auf den Baum gesprungen. Ich fasse es nicht. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Oh, wie der blöde Wichser mich verlebt. Haha, du meinst, du überlebst was? Wo ist das Bücherregal? Wo ist es? De, 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 de. Wo ist es hin? Da, es läuft. Bleib stehen. Du weißt, dass du keine Chance hast. Niemand hat eine Chance gegen Fischkorn. Niemand. Und keiner. Außer das Bücherregal, das nehme ich jetzt weg. Und mir. Scheiße. Oh, da. Oh, oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hey, wieso lebt ihr noch? Wieso lebt ihr noch? Wieso überleben die immer? Wenn mich einer findet, bin ich sofort tot. Ihr findet irgendwie gar keinen. Ihr seid voll die schlechten Sucher. Wieso? Ich habe doch einen vor mir hier. Ja, dann mache ich ihn doch kaputt. Ja, aber er ist so schnell. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Komm schon. Wieso? Wo ist der jetzt hin? Das verstehe ich nicht. Ach so, ich habe einen getötet. Gut. Okay. Okay. Das erklärt einiges. Okay. Hier versucht gerade einer, ein Stück abzubauen, weil er da durch möchte. Oh, mein Gott. Ah, ah, Abos, Abos, Abos. Ich werde dich kriegen, du Scheiß-Ambos. Haha, fünf Punkte. So, fertig. Ich habe jetzt schon 15 Punkte gemacht. Eigentlich könnte ich jetzt auch aufhören. Eigentlich könnte ich jetzt schön die Beine hochlegen. Schön Mojito trinken. Ah, Mojito. Nein, du musst jetzt, also entweder musst du den Fuhmannschuh oder mich finden. Ach, hier ist hier nichts mit... Ach, hier ist hier nichts mit... Ja, das... Ich bin ein Baum. Ich bin ein Blätter. Ich habe hier noch einen. Ich habe hier noch einen. Wo ist er hin? Ich bin ein Wasserblock. Wo ist er hin? Ach, da. Ich bin ein Wasserblock. Wasser wäre auch echt super. Armin, her! Nicht laufen! Wieso höre ich hier übrigens ständig diese von Star Wars, die kleinen... Wie heißen die nochmal? Dö, 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 dö. Ich habe immer verstanden, dass sie sagen, guti, dö. Da, wo sie SOD zu an der Höhle, weißt du? Da, wo sie ihn wegmachen. Ach, diese... Die mit den Augen. Nee, du meinst die von dem Sumpfplaneten, die kleinen, haarigen Viecher. Nein, 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 nein. Ich meine nicht die Ewoks. Die von dem Sandplaneten. Die von dem Sandplaneten, ja. Die mit diesen komischen Goggelaugen. Ja, ja, die gesagt haben, guti, dö. Wie gesagt? Ich glaube, ich muss Star Wars heute Abend nochmal gucken. Ich auch. Da scheint mir jetzt in einem völlig anderen Licht. Guti, dö. Also, ich würde sagen, wir machen den kaputt. Guti, dö. Bleib stehen! Dieser Block, er kann einfach so gut laufen. Und jetzt ist er tot? Und Hannibum? Nee, doch nicht. Wie Hannibum? Was seid ihr? Ich bin eine Blume. Ach, ihr seid so dumm. Oh, ich sehe dich, Fischkopf. Oh, ich weiß, wo du bist. Oh, ich weiß, wo du bist. Du Arsch. Oh, oh. Im Übrigen ergibt das überhaupt keinen Sinn. Da sind jetzt die Besucher. Jetzt bin ich hier gefangen. Oh, shit. Bist du in das Gatter reingesprungen? Ja, super. Da bin ich früher immer hingegangen, aber es ist leider auch irgendwie ein bisschen Gefängnis. Du musst über den Esel rausgehen. Aber wie denn? Ich kann nicht raus. Ich habe den Esel drauf. Geht nicht. Der macht nur... Ah, gute Idee. Der Peller schreit mich an. Schreib ihn nicht an, Esel. Ich bin nicht fett. Deswegen will er sich auch nicht auflassen. Das ist einer von den Musikanten. Und zwar, das ist der von den Musikanten, der gerne Metalcore macht. Metalcore. Straight edge. Ich will keinen Sex haben. Bitte? Ich glaube, Ladies and Gentlemen. Ich bin dafür, dass dieses... Es ist doch zu früh am Morgen. Es ist schon 20 Uhr ausgestrahlt. Es ist doch zu früh am Morgen. Es ist einfach zu früh. Ich habe gleich gewonnen. Ja, also... Ja, GG. Ich habe gleich gewonnen. Für meine Zuschauer ist es total spannend, weil ich stehe hier neben dem Esel. Ich war ein... Ich war ein... Ein Zahn. Wie es mir geht die ganze Zeit. Bei Skyblock. Bei Sky... Hallo? Das war gerade eine Beleidigung, ne? Vorsicht, mit wem du dich hier anlegst, mein Freund. Jetzt ist die... Das Apfelabkommen ist damit gestorben. Das Apfel... Genau. Genau. Vergiss das, dass du noch einen Apfelmacher von mir kriegst. Können wir mal hier... Können wir mal hier... Hier ist Villa. 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 Ja, wo denn? Der Dame da rein. Ist das 17? Ja. 16. 16. 16. Hab ich doch gesagt. Nichts 17. Hallo? Und die 4 scheidet völlig aus. Ich wollte dich eigentlich umarmen. Das ist Liebe unter Männern. Kennt ihr eigentlich Fips Asmussen? Oh Gott. Ne, ich kenne nur Fipsi Rösler. Oh Gott. Der mit den besten Witzen der Welt. Der Typ, der mit 20.000 Witze aus dem FF kann. Ich suche... Ups. Ups. Ja, Witze. Bitte in Anführungszeichen Witze. Hast du etwa deine Witze-Sammlung von Fips Asmussen? Ne, ich habe jetzt auf einmal aus Versehen meinen Browser hier ins... Fips Asmussen. Da suche ich jetzt einen raus. Einen legendären, bitte. Ja, bitte. Best... Witz. Ja, ist bestimmt legendär. Witzrunde Nummer 1. Boah, Fips Asmussen. Fips Asmussen. Find man den. Also ich meine, ich habe den auch schon kaum noch live gesehen. Aber ich weiß zumindest, dass es den gab. Ach du Scheiße. Guckt man auch nicht live. Ach du Scheiße. Ja, also live im Sinne von da, dass er noch aufgetreten ist. Jetzt, ich habe den auch nicht... Soll ich mal... Soll ich mal? Mach mal. Also haltet euch fest, weil der burnt euch voll weg. Okay, warte. Oh shit. Oh shit. Ich kann jetzt nicht so reden wie er, aber ich versuch's. Ne, ich versuch's gar nicht erst. Ich habe neuerdings so eine Macke. Ich stecke mein Handy immer in meine Gesäßtasche und stelle es auf Vibration. Immer wenn ich furzen muss, dann denke ich, ich bekomme einen Anruf. Also, man hätte ja vielleicht noch irgendwas draus machen können mit dem Handy in der Arschtausche. Warte mal, ich muss jetzt... Ja, Entschuldigung, aber da... Also, das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Eigentlich hat er gute Witze gemacht damals. Ich werde auch mal einen raussuchen. Ich werde einen raussuchen, der richtig gut ist. Also ich meine, der ist schon... Den muss man schon so als... Würdigen. Ja, den muss man schon würdigen, genau. Aber... Also, als ich klein war, habe ich mich immer weggeschmissen. Ja, okay. So viel kleiner ist er bestimmt gut. Ich such gleich noch einen raus, der gut ist. Ich such gleich noch einen raus, der richtig gut ist. Da kannst du aber ne Weile suchen. Warte, ich versteck mich jetzt hier. Hier findet mich eh keiner. Ich glaube, ich werde als Erste gefunden. Aber ich will immer suchen. Wieso kann ich mich nicht verwandeln? Ich will Seeker sein. Wieso kann ich mich nicht verwandeln? Und da ist ein Seeker. Cool. Bin ich hier auf Half-Steps, oder was ist hier los? Oh, shit. Nein, so. So, shit. Vielleicht wieder. Fischkopf wurde... Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht... Warum? Guck mal, unten. Ah, jetzt. Könnte es sein, dass... Das liegt an dem Fübs-Asten. Ah, ah, ah. Ja. Jetzt. Jetzt. Du weigert sich dich noch als Entität. Okay, warte ab. Warte ab. Er hat zehn Girlfriends? Was? Er hat zehn Girlfriends. Nein, nein, hau mich nicht. Oh mein Gott, er hat daneben gehauen. Er hat daneben gehauen. Ja. Ding Dong. Hallo? Ja, hallo. Ich sollte ihr Klavier abholen. Äh, aber sie haben doch bloß einen Arm. Äh, wieso? Haben sie zwei Klaviere? Oh Mann, die sind echt alle von 1834, ne? Ja, so ungefähr. Ah, hallo. Oh, hallo. Du hast immer weiche Hände. Bist du etwa arbeitslos? Das wäre so ein Ding für Fu Manchu, ne? Oh Gott. Wenn ich es da raushauen könnte. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich hör auf. Ähm, da ist es gerade... Fipsi. Fipsi. Würde sich wahrscheinlich in die legendäre... Ich hatte früher so, ich hatte früher so, so Kassetten von dem, weißt du, so. Ehrlich? Naja, so, 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 ähm, wie hießen die? Kassetten halt. Ja, Kassetten noch. Also andere haben... Was sind Kassetten? Ähm, so Auftritte halt, ne? So Live-Auftritte. Und da habe ich mich echt hart weggeschmissen. Das war unglaublich. Oh Mann, das erklärt einiges. Ja. Wenn du mit Fips-Astmusen aufgewachsen bist, dann... Da kann ja nichts draus werden. Ist das... Hallo, Fischkaufsmutter. Was? Nein, der ist super geraten. Ja, der ist... Oh Gott, ich liese hier gerade nebenbei noch, das ist echt übel. Und ich habe den besten Platz, den es gibt auf der Welt, um mich zu verstecken. Habe ich das schon mal erwähnt? Äh, nein. Oh, wer ist das denn? Hallo. Ist jemand von euch eine Musicbox? Nein. Also bist du eine Musicbox? Nein. Was denn? Du kannst das sehr gut mit dem Lügen. Ich will wirklich keine Musicbox. So fängt das Verwirrschspiel an. Bist du eine Lampe? Nein. Okay, du kannst doch gut lügen. Ich weiß... Ich habe keine Ahnung, was man überhaupt sein kann. Ziemlich gut, ziemlich schlecht. Oder... Und Fips Asthma. Das fällt unter ziemlich schlecht. Nee, das fällt noch da drunter. Oh nein, Fips, ich habe nicht lebt. Das fällt über eigene Kategorie. Lebt der eigentlich noch? Das ist eine gute Frage, habe ich eben auch schon überlegt. Aber der müsste schon echt uralt sein. Echt? Aber großer Mann. Der war doch damals irgendwie nur... Der war damals schon alt. Der war damals schon... 60? Der war schon... Guck mal, seine Karriere ist doch 20 Jahre vorbei schon. oder? Sehr, sehr alter Mann. Also, dass er richtig groß war. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er schon doof geblieben ist. Wir werden das recherchieren. Wir werden das recherchieren. Und in der nächsten Folge unseren Zuschauern als Erkenntnis gewinnen. Ja, Bob, Andrew, könntest du bitte... Könnte mich mal jemand... Ich bin... Es ist doch langweilig hier langsam. Ja, ne? Irgendwie... Ja, schon. Ich glaube, ich laufe jetzt mal rum. Aber es gibt auch jetzt erst fünf Sieger, ne? Also... So richtig gut sind die nicht. Oh, gleich fliege ich auf. Sehr erfolgreich. Gleich fliege ich auf. Aber die springen, glaube ich, die ganze Zeit nur so eine Polonaise. Wir fliegen gleich... Immer wenn ich das Wort Polonaise höre, muss ich an die schwulen Polonaise denken. Weißt du, die mit... Weißt du, wie ich meine? Erzählst du jetzt irgendwie ein bisschen aus deiner Freizeit? Jetzt wird's spannend. Also, wenn ich schwul wäre, ja? Fände ich mich geil. Dann würde ich auf jeden Fall das schwulen Polonaise-Event starten. Einfach nur aus Neugier. Einfach nur, ob das geht. Ich war doch nur neugierig. Hanni ist ruhig. Okay, ich hör auf. Am nächsten Tag, am nächsten Tag in der Bildschlagzeile, ich war nur neugierig. Wir. Wir waren nur neugierig. Mindestens drei. Okay. Verstörendes Schweigen. Die Themen werden echt schlimm. Die Themen werden echt schlimm. Und das bin einfach nur ich. Richtig. Deswegen schweige ich extra, damit die Leute merken, guck mal, die Hanni, das ist die Gute. Die hält sich zurück. Die hält das Niveau hoch hier. Richtig. Du kannst ja auch dagegen angehen und so Sachen sagen wie, das prangere ich an. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, 40 Tokens. Ich hab jetzt 1173. Ich hab jetzt, keine Ahnung, 12. Steht rechts. Ach da. Ich überlege gerade noch eins oder... Sollen wir noch eine machen? Eine noch? Ich würde gerne mal Hotel wieder führen. Ja, dann such doch mal. Steh da dran, was da ist. Cruise, Villa, Space, Cruise. Nee, Space wollen wir nicht. Space finden wir richtig scheiße. Villa ist noch frei. Warum finden wir... Hier ist Hotel. Da ist Hotel. 47. 47. 47. 47, 47, ja, okay. Jo, nix wieder rauf. Sehr gut. Jo. Jo. Hallo. Oh je. Immer wenn ich morgens aufstehe und ein Frühstück mache und Kaffee mache, dann übe ich so'n, so'n Ansager, der so Wrestler an, 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 annauen. In the rec corner. Hallo and welcome to the latest round of WWF, my ass. We welcome the underbreaker in the one corner. Undertraker? No, no, no. No, it's the fantasy WWF. Ach so. Und dann wundere ich mich immer, dass ich dann doch auch eine tiefe Stimme kann, aber wenn ich richtig rede, die so hoch ist, das verstehe ich nicht. Ja, wenn man sich aufregt, geht der ja immer ein bisschen hoch. Ja, aber ich reg mich ja nicht immer auf! Ja, aber ich war ganz ruhig. Und tief. Aber morgens ist es immer, morgens, morgens klinge ich auch immer so'n bisschen. Ach, Kerl. Nochmal, nochmal so'ne kleine, hier, by the way-Informationen, ne? Michael Jackson hat doch immer so geredet, ne? Ja. Ja. Und der konnte eigentlich, der konnte ja alles, ne? Der konnte ja auch, der konnte auch ganz tief reden. Aber der hat sich entschlossen, der hat das quasi mit Absicht gemacht, dass er so hoch spricht, weil er halt, weil er halt so klingen wollte. Weil er halt dann jünger, jünger geklungen hat. Hab ich in der Doku gesehen. Ist das nicht verrückt? Damit, damit er... Crazy. Seine eigentliche Stimme war so eigentlich tiefer. Also er konnte irgendwie, ja, der konnte halt, der konnte ja drei Millionen Oktaven. Ich glaube, der war aber generell nicht ganz so zufrieden mit dem, was und wie er ist. Meinst du? Ich glaube, der wollte viel bestellen. Es könnte Hinweise geben, ja. Ich weiß nicht genau. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich den gleichen Michael meine wie ihr. Aber ich meine, also mir tut das ja leid alles, weil der Typ ist ja aufgewachsen schon als Star, ja? Und da kannst du ja nicht, da kannst du ja nicht normal sein. Eben. Wie die Kelly Family. Die ist auch ein bisschen. Naja. Wenn du schon als Kind, da ist dann auch nicht mehr. Du, einer. Die Kelly Family. Die Kelly Family. Die Kelly Family. Die Jackie. Die Jacksons. Mit, mit, mit. Ba, 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 ba. Die Hensons. Bu, ba, 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 du, wa. Dem, la, da, du, wa. Oh, oh, yeah. Das war einfach mal unsere Kindheit, sondern Jugend. Jugend. Da, 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 du, wa. Da, da, du, wa. Da, da, du, yeah. Oh, shit. Wop, 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 wop. Die Dubstep-Folge. Die Dubstep-Brothers. Ja, wir müssen... Hey, yo, bitch. Ich bin voll ausgegrenzt. Nee, du bist ja auch ein Brother. The Brother from another mother with the other... Geschlechtsteil. Geschlechtsteil. Yo. Es ist einfach zu früh am Morgen, Leute. Es ist einfach mal gar nicht am Ruhig. Wir geben es jetzt als Unschreden. Oh, ja, es ist sehr früh. Es ist total... Oh, Mann. Es ist auch schon wieder so spät, ich muss gleich schon wieder arbeiten. Oh, nein, Hotel, ich hasse Hotel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist jemand von euch? Können wir bitte zusammenarbeiten? Ja, ich bin ein Holzblock. Ich bin Kohle. Ich bin auch Kohle. Lass uns zusammen. Komm zusammen. Komm zusammen. Komm, komm runter. Treppe runter. Ich bin Treppe runter. Ich sehe dich hier. Ich springe. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Warte, ich bin nicht so schnell wie du. Ich bin dick und rund. Kommst du? Nee, eckig. Kommst du? Aber hier weiß man doch, dass es hier keine Kohle geht. Nein, geh einfach... Ach, nee, shit. Hier einfach, hier. Geh einfach rein, shit. Nee, 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 hier. Nee, wie? Hier sehen sie uns nicht. Nein, du musst natürlich... Okay, bleib doch... Ach, scheiße. Geh doch mal symmetrisch. Hier, so. Symmetrisch. Ja, genau. Okay, okay. Man sieht uns vor. Nein, er wird uns nicht sehen. Alter, das ist ein schlechtes Versteck. Es ist ein sehr schlechtes Versteck. Das ist richtig. Schlechtes Versteck, Alter. Schlechter ging es gar nicht mehr. Oh Gott. Wir sind so schlecht versteckt. Wir sind so unglaublich schlecht versteckt. Oh Mann. Aber noch, aber ihr lebt noch, was? Ja. Ja. Das Ding ist, hier guckt halt nie einer rein. Geh mir im Fisch, was haben ich gesagt. Hier guckt nie einer rein, weil alle denken, da wird sich eh keiner verstecken. Das ist der Shit. Das ist so ein Schatz. Das ist natürlich... Und da wir jetzt zu zweit sind, da wir jetzt zu zweit sind, ähm... Wir hätten uns neben den Türen platz postieren sollen. Nee. Nee, nee, da sieht man uns direkt. Achso, hier sieht man uns gar nicht. Na, wir sind ja, wir sind ja kamouflagiert durch den Teppich. Guck doch mal. Siehst du es? Ja. Siehst du es schon? Nee, ich sehe uns. Wo bist denn du? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo du bist. Was für was? Okay, ich muss mal einen Schluck trinken. Ihr könnt ja so lange reden. Wir sind ja endlich mal zu dritt. Da kann man auch mal die Schnauze halten. Nee, ich kann eigentlich nicht reden. Nee, ich auch nicht. Ich bin total angespannt hier. Und schüchtern. Was ist mit euch los, Leute? Wieso? Oh, da steht einer. Oh, oh. Da kommt einer. Ey, die hat meine Haarfarbe gewickt. Weil er uns nicht gesehen hat. Nein, ich bin so ein Idiot. Ich habe keine Ahnung. Was? Was? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Who is an Idiot? Who is an Idiot? Bist du gerade der Holzblock, der da wegrennt? Ja. Ich laufe durch eine Meute verzikert. Okay. Jetzt musst du umgerissen. Oh, oh, oh. Hadi, shh. Oh, cool. Die sind gleich nachgelaufen. Cool. Hadi, ich muss einen Schluck trinken. Entschuldige. Nein. Nein. Verboten. Nein. Okay. So lange kann ich ja was reden. Mh-Mh. Alter. Und ich werde dich trinken. Hui. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Ich gebe jetzt auch so eine tiefe Stimme, wie der Fu Manchu hat. Ich auch. Aber die kann nicht so gut. Ja. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh. Oh, oh. Puh. Alter, wir die mal reingucken. Ja, ja. Tsch, 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 tsch. Okay, wo ist, wo, wo seid ihr? Oh, Essika, Essika. Oh, nein. Nein. Oh, shit. Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit. Das ist doch unfair. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt wusstest du gar nicht, wer das gesagt hat, ne? Das shit. Weil es genau, exakt, genau so klang wie Fu Manchu. Ja, du hast du vollkommen recht, Fu Manchu. Oh, shit. Oh, shit. Redet der Fischkop jetzt nicht mehr mit uns? Nein. Ja, ist krass. Ich glaub, aber trotzdem, dass der Fischkop ziemlich cool ist und witzig. Und ich sollte ihm mehr Äpfel geben bei Skyblock. Ja, Fu Manchu, du hast vollkommen recht. Hey, das war ich. Oh, was? Oh. Krass, oder? Und ich dachte schon, das wär nur in meinem Kopf. Du? Du warst sowieso total verwirrt und dachtest, hä, was hab ich denn heute Morgen genommen? Ja, aber echt. Und Hanni so, hä, wieso? Ist doch Fu Manchu, ist doch vollkommen klar. Warum denn? Ach, ja. Wo seid ihr beiden Kohle? Boah, ist das so eine lange Folge. Ihr seid bestimmt getrennt worden. Das ist so eine lange Folge irgendwie. War eure Geburt. Ja, nee, diese Folge. Ach, guck mal, da oben. Oh, nee. Nee, psch. Guck mal, da oben. Ach, ich, oh, okay. Ich glaub, ich weiß. Oh, hey, ihr beiden. Hau ihn, hau ihn, hau ihn, wir können ihn töten, wir können ihn töten, wir können ihn töten. Hau auf ihn drauf. Hau ihn drauf, wir können ihn töten, wir können ihn töten. Ja, unwahrscheinlich. Doch, wir können ihn töten, wir können ihn töten. Oh, nein. Oh. Das war so knapp. Very close. Und es war nicht meine Schuld. Nein, nein. Doch, doch. Ein bisschen. Ihr meint. Beste Verstärkung ever, ever. Verpiss dich, du Arsch, doch. So, noch 40 Sekunden. Wollen wir zusammen? Komm, wir finden doch schnell einen. Nein, scheißegal, lauft einfach. Nein, scheißegal, lauf einfach. Okay, ich kenne jetzt diese Map sehr gut. Kann man hier eigentlich auch eine Melone sein? Das wäre mal sehr interessant. Es gibt neue Melonen, die rumstehen und Kürben. Ja, die habe ich gesehen, deswegen frage ich ja. Ich glaube nicht, aber ich glaube, du kannst es nicht sein. Kürbi-i-i ist der Plural. Kürbi-i. Alpha-Kürbi-i. Kür-kür-bü. Ach, Mann, oh. Hast du immer noch nichts gefunden? Nein. Warum nicht, ey? Oh, hier fehlt ein... Okay. Schlecht bin. Hier ist ein sehr gutes Versteck, was ich immer sehr gerne nutze. Ach, du hattest recht, Fu Manchu. Hat er gar nicht. Hier werden Random-Sachen, also Rouse genommen. Ja, genau. Gerade Schnee ist da. Ganz weit vorne. Oh. So, Leute. Boah, lustige Folge. Mein Bauch ist ein bisschen weh. Was hat man alles? Michael Jackson. Den besten Stimmen-Imitator der Welt. Wir hatten Frips Asmussen dabei. Und das beste Versteck der Welt. Das war alles, alles. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich mit Hanni und Fu Manchu. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.